Jo Leute, was geht? Das ist Umi, ich bin Sida und heute haben wir eine Try To Not Love Challenge für euch. Wir haben das gerade schon mal ausgenommen, aber es ging einfach viel an. Deswegen dachten wir diesmal mal kurz, wer lacht, verliert. So einfach. Ja, wir gucken ein Video und der, der verliert, muss dann einen Löffel Tabasco zu sich nehmen. Genau, wir haben das auch noch. Ja, und das ist eh noch scheiße, weil danach machen wir auch noch die Schärfer Essen Challenge. Genau, deswegen. So. So, let's go with the Master Video one. Stop crying. Here at T-Mobile, we have the best... Fuck that, come join AT&T, we got fried chicken. AT&T eat ass, so you should join Verizon. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah AAAAAAAAaaaAaaaaaaaaaaaaaaah! Bew New sp itselfеры dazu, Andrew Devin Hi. Hi. Are you sure that's going to work? What the fuck, Brian? Are you talking to me? No! What is this? Awww Amazing God There comes a giant fish Da Honey, come here. He's going to say my name. Da Like a bro No, I got you, my boy Size 10 My man It's all right there, bro What the? What is this? So I ball so hard motherfuckers want to find me First niggas gotta find me What's gonna you answer? Alright, what do we got? Dog's face. Yes. Makeup that sparkles. Good, good. Something where your mouth can be your fucking eyes. Fuck yes. I am the one, no one, yes I don't need The fitness gram pacer test is a multi-stage er- Dance! Dance! The guy say- Dance! The guy say- All the kids with the balls up- Beep! 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 That is not correct Besides, you're saying it wrong It's leviosa Not leviosa This is really good Get it for morning Get it some- I've been waiting for this moment Oh! Alright Jose, what do you like to eat? Fish, macaroni and cheese It's cheese Listen white boy, nobody fucking ask- Noooo That awkward moment, when you're scrolling through the forums on Instagram Nooo That's the thing you'll know Ohhhh There's maybe someone's missing, right? You're an innocent dude Alright, okay Okay, ready for the erf or tobacco? Yeah It's great Just before even he even felt it But I was a bit late for losing Yeah Ja, egal, wir machen jetzt schnell Dinge vorbereiten, ist das. Freunde, wir haben das Basketball gerade frisch aufgemacht und der Ümmi kriegt jetzt hier einen kleinen Löffel von ab. Komm, ich bin mal fair, weil du gerade eben geführt hast, kriegst du auch nicht so viel drauf, okay? Ja. Mach einfach, wie du winkst. Komm, du verreichst alles zwischen uns. Mach mal schnell eine Aufnahme davon. Achtung. So, Freunde, schaut euch das an den Löffel, hier haben wir jetzt voll gemacht mit Tabasco, den kriegt der Ümmi gleich in seinen Mund. Geht rein. Okay, jetzt kommt die Bestrafung, ich hab gar keine Lust. Shit, ne? Hallo. Digga. Digga. Digga, was soll ich denn trinken? Digga, was? Digga. 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 Eigentlich soll ich den Milch trinken oder so, ne? Ich mag kein Milch. Ich auch nicht. Egal, ne? Freunde, das war's mit der Challenge. Ümmi hat die Bestrafung wie ein Mann durchgezogen, ne? Ich will kein Mann sein. Okay, das war's dann. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, lass ein Abo da. Genau. Eine Bewertung wäre auch nice. Ja, das war's. Auf rein. Scheinst. Um. rem